Ey Leute, was geht? Ketta begrüßt euch zu einer neuen Folge von meinvlog. Ihr seht, ich bin nicht alleine, sondern ich habe Verstärkung im Pullover dabei. Und was haben wir heute getrieben so mit dem Auto? Roadtrip mäßig. In Olpe? Genau, Sauerland. Haben leckere Schnitze gegessen jeder, Kartoffelsalat. Und es war eine schöne Autotour. Das werdet ihr aber noch zu sehen bekommen, hoffentlich nach diesem Video. Wir schauen mal, wann genau das ist. Ja. Und ja, was haben wir sonst in der vergangenen Zeit gemacht? Erzähl doch mal. Hm, ich weiß gar nicht mehr. Also ich war mal schwimmen mit deiner Oma. Ja. Das ist aber nicht so wichtig, glaube ich, oder? Ja, ich bin ja jetzt schon, also wenn ihr dieses Video seht, dann bin ich wahrscheinlich schon wieder in der Schweiz. Ähm, aber ich bin jetzt eine Woche hier und was haben wir denn gemocht überhaupt? Nicht viel rumgelegen, Filme geschaut. Jo. Oh. Flips gegessen. Mhm. Eine riesen Tüte. Eine riesen Tüte, ey, das kann man nicht mal in die größte Schale, die wir im Haus haben, umfüllen. Mhm. Krass. Kannst du mir mal das Herzkissen geben, falls wir das nochmal brauchen? Ach so. Oh Gott. Ja. Das ist ein wenig zu weit hinten. Warte. Schön. Danke. Huiuiuiui. Ähm, ja. Ich habe ein wenig kalt deswegen. Ja, wir gucken uns das einfach gleich nochmal an. Das okay ist. Hier für Kommentare. Das glaub besser so. Falls irgendwas cooles kommt. So, und äh, möchtest du noch irgendwas loswerden? Ja. Also Sauerland ist auf jeden Fall eine wunderschöne Religion, genau. Äh, Region, da will ich nochmal hinfahren. So, und jetzt fangen wir an mit den Kommentaren. Mein Vlog 136. Sorry, dass es so schnell losgeht. Aber, ja. Irgendwann müssen wir ja mal wieder Kommentare vorlesen. Und das hat jetzt lange genug gedauert. Drei Wochen. Aber es hat sich schon wieder ein bisschen was ergeben. Jo. Ähm. Ja, der... Also, startet jetzt... Was noch immer hier? Startet jetzt mit meinem? Oder was? Mhm. Ja. Ach so. Äh, ja. Ja, ähm. Ja, Entschuldigung. Au. Mäh, jetzt hab ich mein... Du kriegst alle meine Liebe. Au. 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 Also, mein Vlog 136 wird kommentiert von mir. Nö, der Weihnachtsbaum steht noch. Aber ich werde ihn bald abbauen. Bin auch gegen diese bargeldlose, kassenlosen Supermärkte. Ja. Hashtag Schein Demokratie. Tee. Ähm. Ja, der... Oh. Der Weihnachtsbaum steht nicht mehr. Er liegt jetzt mittlerweile. Er ist ja eigentlich so ein Kunst... Äh, Weihnachtsbaum. Aber... Ja. Okay, dann hast du noch einen Kommentar geschrieben. Da werde ich mal meine Stimme dementsprechend anpassen. Äh, äh, anpassen. Können wir trotzdem mal machen? Ich würde gerne mal nach England oder Malta. Hashtag Mia. Coole Aufnahme von der Rückreise. Oh, süße Lager. Das war ganz viele Chicken Nuggets. Dampfen Punkt 3. Äh, äh. Okay. War das gut imitiert? Nein, überhaupt nicht. Ich geb ihr mal Güsses und du. So du. 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 Du hast eher geklungen wie so eine andere Person. Ich zitiere gerne Peter Griffin. Das klang nicht nach mir. Das klang eher nach Kehlkopfgräben. Ja. Ähm. Creeps Part 25. Genau. Creeps Part 25 wird ebenfalls von mir kommentiert. Juhu, Schatzi macht wieder Creeps. Also Creepypastas. Oh mein Gott, wie unheimlich. Ich wäre schon schreiend rausgerannt. Aber wer weiß, was draußen auf ihn gewartet hätte. Ja, Creepypastas sollen jetzt wieder öfters kommen. Ich muss aber mal gucken. Äh. Zusammenarbeit mit GameNator ist auf jeden Fall schon in Planung. Und wem das noch nicht aufgefallen ist, dieses Herzmuster besteht aus ganz vielen kleinen Rosen. Das sieht man aber gar nicht so richtig. Ähm. Ja. Ist mir gerade erst so ein bisschen aufgefallen. So. Jetzt gesehen. MeinVlog136 kommentiert von CharmantQueen. Rotwert. Danke sehr, Ketter. Hashtag wahre Demokratie wo zu finden? Hashtag Postdemokratie. Habe mich mal für den Hashtag Postdemokratie entschieden. Ja. Ist doch gut. Let's Talk Pick Terrain Inseln wird kommentiert von Carla Dietz. Was bezweckst du damit mit doppelten Fragezeichen? Scheinbar mochte sie das Video nicht. Scheinbar mochte sie das Video nicht. Ich weiß es selber nicht. Fünf Jahre ist es her. Dieses Video fragt wen anders. Fragt den aus der Vergangenheit, aber nicht mich. Ich habe es einfach nur online gelassen und der hat es hochgeladen. Euch ist wahrscheinlich aufgefallen, da hinten sind ja sonst immer so fünf Flaschen. Juggerknock, Quick Revive, Speed Cola, Eselstritt und Double Tap. Genau. Das habe ich abgepellt und weggetan. Habe ich noch ein Foto von gemacht, aber da soll jetzt irgendwann was anderes hinkommen. Also auch diese Deodosen sollen da weg. Ich werde mir was schönes überlegen. Und auch dieses furchterliche Meerschweinchen. Ich habe es zwar da hingestellt, man kann es aber nicht unbedingt immer sehen. Und ja. So. Creeps, Part 26, kommentiert von dir. Oh, was für eine traurige Creepypasta. Aber was ist mit den Leuten passiert, das begreife ich irgendwie nicht. Nachher, im Anschluss habe ich sie dann begriffen, weil du hast mir ja dann das auch erklärt. Ja, und Rani L. Pischrat noch drunter. Kettehacker, spiel mal bitte Monstrum. Ist ein Horror-Indie-Game, bin ich eigentlich ein Fan von. Aber ich habe geguckt bei Gronkh 28 Parts. Und wenn es jetzt nicht The Long Dark oder Minecraft ist oder irgendwie GTA oder sowas. 28 Parts ist mir doch ein bisschen sehr lang. Und es ist ja auch immer random, welche Monster dann da sind. Und zum Teil kommst du wirklich nicht an. Ich muss nur mal kurz mein Wasser holen. Du liest den nächsten Kommentar vor. Äh. Okay. Ähm. Oh, der ist aber auch nicht gerade nett. Ich weiß. Schibimarkos. Verklaberst du einen Scheiß? Schreibt er unter Duke Nukem Part 2. Kann er doch auch besser. Das ist netter. Vor allem jemand, der sich Schibimarkos... Wo? Ich meine bitte. Schibimarkos, Alter. Wenn man sich so... Der kriegt kein Herz. Der kriegt höchstens Herzpest. Hehehe. Creepspart27 auch wieder kommentiert von dieser jungen Dame hier. Uh, unheimlich. Aber eine super creepypasta. Danke dafür. Ich freue mich schon auf die nächste. Ja, das mit der Puppe war wirklich unheimlich. Ich hab das nachts mal gehört. Ich soll... Uah. Hehehe. Ich darf nie wieder solche Dinge machen nachts. Georg Kope. Geile Kommentare. Ein wenig Smalltalk schadet nie. Mit freundlichen Grüßen Gigi. Schreibt er unter Dying Light Part 18. Das ist der erfolgreichste Part von The Following. Ja. Postal 2 Part 4. Wird kommentiert von Schniko. So ein schönes Spiel muss es auch mal wieder spielen. Wieso es? Versteh ich jetzt nicht. Das Spiel muss er wieder mal spielen. Achso. Muss es wieder mal spielen. Ja. Ja. Maximal... Maximal 6 Zuschauer wird kommentiert von Pascal1993. Ist halt YouTube. Der hat glaube ich nicht ganz verstanden, was ich damit gemeint hab. Äh. The Long Dark Part 5. Staffel 2 allerdings. Wird kommentiert von Erik D Games. Ich hab mir auch mal The Long Dark geholt. Und ich muss sagen. Das Spiel macht richtig Fun. Und ich hab mich auf Anhieb mit dem Spiel zurecht gefunden. Übrigens ganz nebenbei erwähnt. Wo ich mit Erik D Games mal drüber geredet hab. Über halt fahren und hier und da und tralala. In den Kommentaren. Äh. Eben. Diese Sauerlandfahrt die wir heute gemacht haben. Die wird auch noch kommen als Vlog. Da werde ich dann auch wieder ordentlich beschleunigen. Und das kann man sich mit Musik dann wahrscheinlich wieder geben. Oder vielleicht außerhalb vom Vlog. Ich werd mal gucken. Findet ihr auf jeden Fall irgendwann auf dem Kanal. Wenn es soweit ist. Creeps Part 29. Von dir. Danke Schatzi für die wunderbare Vertonung. Aber immer doch gerne. Und tatsächlich. Es läuft richtig gut mit der CP die du geschrieben hast. Die guckt sich jeden Tag mindestens irgendwer an. Boah. Ja. Ich habe einfach. Weißt du. Wenn ich diese Creepypasta überhaupt geschrieben habe. Mhm. Auf dem Weg. Auf dem Weg zur Arbeit. Ja. Damals. Ist mir einfach so in den Sinn gekommen. Ja ja. Grußlich. Allein wenn man schon den Gedanken hat wieder zur Arbeit zu müssen. Ey. Okay. Willkommen auf der Schreckensinsel. Monster AG Part 1. Wird kommentiert von Race Play. Kindheitserinnerungen over 9000. Dann ein Smiley mit zwei Herzaugen und eine. Okay. Ein trauriges wahrscheinlich. Nein. Wahrscheinlich so erleichterter. Oder dieser LOL Smiley. Ach so. Irgendwann ich meine. Wenn ihr bei Whatsapp LOL eingebt. Dann wird es euch angezeigt. Zumindest in der aktuellen Version. Die ich jetzt habe. Monopoly. Keine Ahnung welche Staffel Folge 1. Wird kommentiert von Theon. Äh. Naja. Eigentlich heißt es Monopoly-Dollar. Aber man kann sagen wie man will. Heißt ja auch je nach Edition anders. Ja das ist richtig. Euthanasia Part 2. Kommentiert von Theia. Hm. Gruseln mit Schatzi. Aber immer doch gerne. Creeps Part 31. Kommentiert von It's Hässliches Minecraft Kind PvP 2005 LPHD. Echt gute Geschichte. Ja. Aber immer doch gerne. Und dieses Gesicht. Nicht. Ich weiß nicht. Ich komme einfach auf dieses Profilbild. Nicht klar. Du hast wahrscheinlich noch irgendwie so ein Phantombild oder so. Ich habe keine Ahnung was das ist. Mann. Wenn du dieses Video siehst. Schreib mir in die Kommentare was dein Profilbild ist. Weiß nicht. Das sieht echt ein bisschen creepy aus. Wie so ein bisschen gruselig aus. Ja. Das könnte ein Protagonist in GTA sein. Ich weiß es aber gerade nicht. Soll jetzt keine Beleidigung sein. Mann. Ich weiß es wirklich nicht. Euthanasia. Part 4. Kommentiert von Erdem FCB. Also FC Bayern. Alter. Ich habe dich ein Jahr gesucht. Ja Erdem. Du hast mir immer wieder geschrieben. So Jahr für Jahr. Ah. Ich habe dich so lange gesucht. Und jetzt habe ich dich wieder gefunden. Und jetzt habe ich dich wieder gefunden. Und warum schreibst du es dir nicht einfach auf. Mein Brudi. Das ist äh. Verstehe ich nicht. The Long Dark. Staffel 2 Part 10. Kommentiert von Madura-Chan. Das Feuer löst doch alle Probleme. Dann kann ich ja dein Haus abfackeln. Ey. Monopoly. Keine Ahnung welche Staffel Folge 1. Das kann ich wirklich gerade nicht sehen. Wird kommentiert von Rrrrrr. René Lavecki. René Lavecki. Mehr und das ist mein Lieblings Monopoly Modus was du spielst. Wahrscheinlich habe ich das normale gespielt. Unwahrscheinlicher die Kurses Edition. Ich habe keine Ahnung. Und genau dieser Typ schreibt auch unter Creeps Part 6. Ist das ausgedacht oder gibt es diesen Park nicht? Äh. Den gibt es nicht. Creepypastas sind generell ausgedacht. Und alles was ich mache sind Creepypastas. Und dann meinte er nochmal. Gibt es den Park wenigstens oder den Artikel? Nein beides nicht. Es ist nur ausgedacht. Was ist das mit dem? Unter einen anderen Monopoly Part 1 schreibt er. Mach mal ein Portal LP mit Mods. Könnte ich theoretisch machen. Muss ich aber gucken wie ich es installiere. Portal ist sowieso nicht so mein Lieblingsspiel. Da überlege ich es mir dreimal ob ich das auf YouTube hochlad. Äh. Es geht nur auf dem PC. Muss googeln. Brauchst du Portal 1 oder 2. Je nach Mod bla bla bla. Das habe ich beides. Äh. Wenn es falsch ist frag nochmal. Erkundige mich dann. Okay. Und dann habe ich ihm nochmal erklärt was ich gerne so spiele. Und dann meinte er. Ja kannst du mal Hello Neighbor oder Yandere Simulator spielen. Ähm. Das Problem ist wenn du mit. Äh. Wenn du mir das in einer Zeit gesagt hättest. Wo ich. Gerade kein Projekt gehabt hätte. Dann wäre es gut gewesen. Momentan. Long Dark. Minecraft so nebenbei. Wenn mal wieder irgendwas kommen sollte. Ich bin momentan viel an meiner. Äh. Autobahn am bauen. Die hat sich jetzt mittlerweile auf 10 Kilometer verlängert. Vorher. Was man im Video gesehen hat waren 4. Und ich muss eben diese Trennlinien. Die Striche und alles noch ausbauen. Brücken. Schnee. Tunnel. Und den ganzen Kram. Es zieht sich extrem. Also bis man so ein. Weiß ich nicht. So ein paar hundert Meter fertig hat. Sitzt man stundenlang dran. Das ist schon. Harte Arbeit. Also vor allem auch repetitive Arbeit. Auch mit WorldEdit kann man da nicht viel dran ändern. Leider. Und eben wegen Hello Neighbor und Yandere Simulator. Da äh. Muss ich gucken. Hello Neighbor. Kann man schon zu Ende spielen. Ist aber noch nicht vollständig entwickelt. Das fehlt mir noch. Und Yandere Simulator. Ist auch. Also es ist schon vieles möglich. Aber. Ich weiß nicht. Ich bin nicht so der Typ für solche Spiele. Also nimm mir das nicht übel. Aber. Ich hab schon meine Projekte. Und äh. Vlog mäßig. Wie gesagt. Da kannst du mir immer was vorschlagen. Wo ich drüber reden soll. Die Shorties sollen irgendwann auch bald wieder kommen. Die Short Vlogs. Aber. Ich komm bei diesem Amazon Thema. Momentan einfach noch nicht ganz weiter. Da müssen wir dann mal gucken. Die Tage. Und ich sollte zum Friseur gehen. Ach. So. Letzter Kommentar. Das ging aber schnell. Phobia Part 2. Wird kommentiert von Erik D Games. Mal so gefragt. Welches Aufnahmeprogramm benutzt du. Um generell Spiele auf dem PC aufzunehmen. Und welches. Um Skype Gespräche aufzunehmen. Beides mit. Fraps. Wenn ich. Mit Fraps aufnehme. Stelle ich grundsätzlich. Äh. Skype Gespräche. Auf. 70%. Und. Die Spiele stelle ich immer auf 15. In Ausnahmefällen. Wenn das Spiel extrem laut ist. Acht oder Zehn. Jeweils in Prozent halt. Ja. Und so ist es eigentlich. Es passt sich selbst dann immer an. Also ich habe ja auch. Glaube ich irgendwo eingestellt. Bei den Mikrofoneinstellungen. Dass dann der System Sound oder irgendwas leiser wird. Automatisch wenn man redet. Ähm. Das sollte sich dann aber auch erledigt haben. So. Guten Schluck trinken. Und wir haben noch was das aussteht. Und zwar. Das hier. Genau das hier. Hm. Wir haben nämlich noch diese Adventskalender Türchen vom äh. Nimm zwei Adventskalender. Und. Auch wenn ich die ersten drei schon vorgelesen habe. Ich will jetzt alle 24 in einem Video vorlesen. Und wir wechseln uns jetzt immer ab würde ich sagen. Ich schmeiß die danach auf den Boden. Und danach können die ja weg. Also. Dann. Hebe ich sie wieder auf. Endlich. Der Wecker klingelt. Orangio hüpft fröhlich aus seinem Bett. Zitroni. Wach auf. Weihnachten steht vor der Tür. Der reibt sich müde die Augen. Während Orangio die Vorhänge aufzieht. Oh nein. Was ist das? Es ist stockfinster draußen. Wie sollen unsere Freunde denn so den Weg zum zugefrorenen See finden? Hier zu sehen? Die Droni tröstet seinen aufgeregten Freund. Keine Sorge Orangio. Wir finden das Weihnachtslicht schon rechtzeitig zu unserer Feier wieder. Beide setzen sich ihre dicken Wollmützen auf und stapfen mutig raus in die Dunkelheit. So. Äh. So. Und. Oha. Ja da. Nur wenn ein Bild zu sehen ist natürlich. Ach so. Schatzi. Ja das wusste ich nicht. Jetzt gleich hast du eins wo ein Bild ist. Ach so. Ok. Draußen glitzert der zugefrorene See im Mondschein. Es ist alles finster. Doch in weiter Ferne flackert plötzlich ein kleines Licht. Da ist kein Bild bei. Orangio schau. Da hinten brennt Licht. Die Lachgummifreunde blicken zu zweit durch ihr Fernrohr. Da müssen wir hin. Da ist unser Licht. Ruft. Orangio aufgeregt. Hier haben wir ein Bildchen. Ja. Das ist voll die Schleichwerbung. Ja. Aber ich habe den geschenkt bekommen also muss ich das vorlesen. Hier. Dann. Die beiden stapfen lautlos durch den tiefen Schnee. Immer in Richtung des kleinen Lichts. Plötzlich stoppt Orangio. Sei mal ganz leise Zitroni. Hörst du das auch? Aus der Ferne singt eine süße Stimme leise. Schnipp, schnapp, schnipp, schnapp. Da steht plötzlich ein kleines Eichhörnchen mit einem Fingerspiel vor ihnen. Oh, wie schön, dass ihr vorbeikommt. Habt ihr Lust, mit mir schnipp, schnapp zu spielen? Ja gerne, antwortet Orangio. Aber nur kurz. Was ist denn? Es ist Hirn verbrannt. Denn eigentlich sind wir auf der Suche nach dem Weihnachtslicht. Kannst du uns helfen? Wir haben wieder süße Eichhörnchen. So. Schmeiß einfach weg. Wir räumen das gleich auf. Ihr deine? Nein. Oh, das Weihnachtslicht. Das kam letzte Nacht hier vorbei. Ihr könnt eine Abkürzung durch den Wald nehmen. Das Eichhörnchen zeigt in Richtung vieler Tannen. Zitroni, im Wald ist es so finster, sagt sich Orangio. Ich begleite euch, brummt es plötzlich hinter einer Tanne hervor. Ein Glück, Bruno, der Bär kommt mit. Zu dritt werden es die Freunde auf jeden Fall schaffen, das Licht wiederzufinden. Entschuldigung, ich habe manchmal ein wenig Probleme wegen meiner Brille. Ich sehe es noch manchmal nicht ganz. Und plötzlich wird es wirklich etwas heller. Die drei kommen an einer großen Tanne vorbei, die mit vielen bunten Bonbons geschmückt ist. Sie spiegeln sich im Mondlicht. Was für ein schöner Tannenbaum, sagt Zitroni. Kann man ja auch voll erkennen. Endlich, da ist das Ende des Waldes, ruft Orangio. In der Ferne leuchtet das Weihnachtslicht. Sollen wir euch ein Stück mitnehmen? Zwei Rentiere kreuzen den Weg der Abenteurer. Ja gern, antwortet Zitroni. Sie reiten auf den Rentieren bis zum Ende eines schneebedeckten Feldes. Orangio, Zitroni und Bruno der Bär winken den Rentieren hinterher. Ich bin schon ganz erschöpft, das Licht ist noch weit weg. Sollen wir eine Pause machen? Fragt Zitroni. Der mitgebrachte Proviant wird fern durch drei geteilt. Wie sie da sitzen und Pause machen, wird es plötzlich ganz hell. Ist das das Weihnachtslicht? Fragt Orangio aufgeregt. Nein, sagt Zitroni. Das ist ein wunderschöner Sternschnuppenregen. Also geht es weiter über Stock und über Stein. Das ferne Licht rückt Stück für Stück näher. Vor lauter Freude singen die drei fröhliche Weihnachtslieder. Zitroni, Orangio, ruft es aus der Ferne. Wer ist das? Snowball Bob, der Schneemann? Kommt auf Skiern vom Berg, ihn abgebraust. Da seid ihr ja. Ich hab euch schon gesucht. Warum ist es nur so dunkel? Und das steht wirklich da so Zitroni, Orangio. Ich musste das so vorlesen. Das Weihnachtslied war heute Morgen einfach verschwunden. Wir sind auf dem Weg, es zurückzuholen, damit wir unser Weihnachtsfest am See feiern können, erklärt Orangio. Ich helfe euch, sagt der mutige Snowball Bob. Die vier Freunde wandern weiter und stehen nun wieder vor einem dunklen Tannenwald. Zum Rauschen des Windes gesellt sich ein vertrauter Klang. Schnipp, schnapp! Oh nein! Hier waren wir doch schon mal, ruft Zitroni traurig. Wie sollen wir denn nur schaffen, das Licht weiter wiederzufinden, wenn wir im Kreis laufen? Rüstert Zitroni besorgt. Doch was ist das? Zwischen den Tannen, gar nicht weit entfernt, leuchtet plötzlich ein helles Licht. Bunte Bonbons liegen im Schnee und weisen den Freunden einen Weg durch die Tannen. Los! Hier müssen wir lang, hüpft Orangio aufgeregt umher. Oh, ich hab die Cole nicht gezeigt. Schatzi dumm! Ja. Und tatsächlich, mit jedem Schritt durch die Tannen wird es immer heller. Gleich haben wir das Licht wieder gefunden, jubeln die Freunde. Das Ende des Waldes ist erreicht. Und mit einem Schlag wird es ganz hell. Aber was die vier Gefährten jetzt sehen, verschlägt ihnen den Atem. Oh, das ist ohne Bild. Sie sind wieder am See und alle ihre Freunde stehen vor der weihnachtlich geschmückten Hütte. Sie rufen aus vollem Hals, Überraschung! Dann fallen sie sich alle in die Arme. Moment, Moment. So. Na, da habt ihr uns ganz schön reingelegt, schmunzelt Orange. Wir wollten euch überraschen, sagt Goldi Goldnase. Deswegen haben wir das Weihnachtslicht auf eine kleine Reise geschickt. Wenn ihr dann wiederkommt, sollten schon alle hier am See auf euch warten. Äh, so. Du hast das Finale. Ach so, ich hab das Finale schon. Geschafft! Pünktlich zur Weihnachtsfeier ist das Licht zurück und mit ihm sind alle Freunde da. Das war ein tolles Abenteuer, ruft Zitroni und alle lachen. Zur Feier des Tages spannen sie zusammen eine wunderschöne Weihnachtsgierlande über dem ganzen See. Was? Okay. Der Weihnachtsschmuck glänzt festlich im Licht und die Freunde stimmen gemeinsam ein fröhliches Lied an. Das letzte Bild. So. Ja. Ja, dann würde ich sagen, wir sind durch mit dem Weihnachtskalender. Dann wünschen wir euch fruchtige Weihnachten. Spaß. Fruchtige Weihnachten. Aber kleines Update für die nächste Zeit. Es geht jetzt erstmal weiter mit Long Dark und nebenbei Horror Games. Was kommt? Euthanasia. Don't Look Now kommt. Phobia kommt. Und Forget Me Not Any kommt. Und danach gucke ich mal, was noch so rauskommt. Wenn noch Creepypastas kommen, gerne. Ich muss gucken, wenn ihr was habt zum Vertonen, zum Übersetzen, schickt's mir. Und ja, ansonsten Wunschthemen. Alles wie immer in den Kommentaren äußern. Ich geh drauf ein und Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Vlog. Tschüss.